Hallo! Neue Runde in der Richtung! Nächste Level! Nächste Level! No way! Gletscher hat ja ein Stachelgombas! Oh nein! Spann immer noch die Deutsch-Party an! Was ist das? Was ist das? Oh! Mein Gott! Jedes Mal sterbe ich wegen dir! Oh! Mach dich kaputt! Hier! Hilfe! Ey, das ist schon wieder so ein liebes Level, ey! So ein Hallo! Ey! Ey! Mama Mia ey! Was ist dein Level? Ah! Mann! Hilfe! Nein, ich habe kein Feuer mehr! Nein! Dunkel! Oh! 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 Ich kann es nicht mehr schlafen. So, ich kann es nicht mehr schlafen. Aha, geht es doch. geht es doch. Ja! Schönen, schönen, schönen. Schönen. Wow, wie ist denn? Alter, was ist das hier? Ich komm da nicht hoch, oder? Eigentlich erutscht. Nee. 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 Alter, noch ein kürzeres Lerudinisch. M. M. Was? Leute, wie viele Extraanläufe hatte ich im ersten Video? So. So. Okay, zwei. Oh nein, ich geh nach oben. So haben wir uns eh wieder den ganzen Fall sehen. Wie? Nein, egal. Wui. 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 Ich hab einen Bowser. Ich hab einen Bowser. Ich glaub, ich stehe hier so. So steht man ganz. Nein. Ich glaub, hier ist so eine Kante. Ah. Ah. Nein. Alter. Ja. Wui. 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 Nein, ich hab einen Bowser. Wui. 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 Ich glaub, das reicht mal für heute. So. Wui. Wui. Die können wir eigentlich noch durch. Wui. 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 So, ich schieße euch alle ab, ihr blöden Pinguine, der Ratzenfratzen kriegt jetzt auch den auf die Gemüse. Oh, mein Liebes, mein Liebes, mein Liebes, mein Liebes. Yeah, Supersperren, oder? Keine Ahnung, Supersperren. Aber so viele Supersternen schon? Klar, oh, mach auf. Tschüss. So, fang, 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 warte mal jetzt, jetzt, guck mal an. Eikel gesammelt, ist das Geil. So, dafür hauen wir jetzt raus den Pils hier hinten, den hier. Aber auf jeden Dankeschön. Yeah. Okay, Leute, das war's, aber wirklich jetzt. Wir haben heute vieles gemacht.